Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Edna bricht aus, meine Freunde. Und wir müssen einen gewissen Peter heute ein bisschen zur Blüte seiner selbst verhelfen und natürlich irgendwie in irgendeiner Form ihn erhellen und erglühen und ergötzen. Und ich glaube, das geht doch am besten, wenn wir es so anwenden. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Am besten so. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Ähm, wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Oha. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast. Puff. Einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ähm, ja was? Wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Aber sachte, sachte Anji und ich glaube, wir sagen ihm es mal an. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine zehn Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Okay. Na gut, die Filzläuse, naja. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Hm, aber gut. Wir können doch eventuell mit dem Herrn Barmann... Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herren hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Na gut, wir schauen mal das Fassierend an. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Ja. Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insider-Wissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist eins zu eins die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna Brecht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Eschers Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter. Aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Und die halt den Schauspielern, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals, auch ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so waren, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel, da bricht aus, dass niemand versteht, da tut das auch nichts mehr zur Sache, kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht, normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Oha, Alkohol, da hat man aber auch ein bisschen Alkohol, ich glaube, da schauen wir uns mal eine Runde an. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Oha, aber gut, können wir den Becher nehmen? Wir haben noch einen Becher. Vorsicht, Fra. Naja, ich glaube hier, ich würde, ich glaube, ich wäre auch so deprimiert mittlerweile, wenn wir hier aber die ganze Zeit nur Alkohol hätten und, naja. Anschauen, das hier. Das ist ein Kaffee-Schacht, kein Kohlenschacht. Können wir nun mit Münze? Kaffee. Nehmen. Haben wir jetzt einen Schlürfbecher voll mit Kaffee? Okay, gut. Ja, wir haben jetzt einen Kaffee für den Herbin, wir haben aber zusammen. Ähm, Sitzecke. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Eine Frage, haben wir hier irgendwas noch? Einen Stuhl, okay. Dann habe ich den Aschenbecher. Ist das nicht... Ja, es ist ein Stuhl. Oha, ein Stuhl. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwecktrainer für Würgeschlangen aus. Naja, wir nehmen mal den ganzen Quatsch. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Naja, geht da eigentlich so. Okay, sonst haben wir ja alles wieder... Wir gehen eine Runde, die Soße. Ich glaube, hier würde ich auch nicht gerne sitzen. Na gut, wieder raus. Und wir haben jetzt einen Kaffee für den Herr Bienenmann, der gerade rumsitzt. Sollte rumsitzen. So rum. Hier, der Herr Bienenmann. Kaffee für den Herr Bienenmann. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Boah, ich glaube, der Herr... Goldbraun gereift. Wie Bernstein. Keine Ahnung, was er den wieder braucht, ey. Ach, du heilige. Entschuldigung, die brauche ich. Können wir jetzt mit dem Herr Bienenmann sprechen? Hallo Bienenmann. Hallo, Fremdenmann. Nenn mich ruhig weiter Fremde. Wie du willst. Fremde. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art... Dabei könnte ich... Ich mach dann mal... Nur zu. Du hast doch gerade Kaffee gehabt, du Dovi. Ähm, ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Sorry. Na gut. Wir versuchen mal irgendwie mit dem Ohrenschmalz... Irgendwie können wir da was weiter... Aber wir können auf jeden Fall jetzt mit der Schere hier ein bisschen rumfubbeln. Soll ja funktionieren. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Komm was? Lass uns... Ach so. Nee, geht nicht. Okay, gut. Ähm... Ah, guck mal, das ist ein Plakat. Plakat. Schauen wir mal drunter an. Hier steht... Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Oh, haben wir hier einen Löffel dabei? Leider nicht. Na gut. Ähm, wir gehen da rein in die gute Soße. In die gute Wude. Und wir fragen mal mit dem Alu... Oder den Alu-Mann, ob er irgendwie was übersehen hat. Wir reden mal mit dem guten Herrn. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich hab noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Entschuldigung. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich muss langsam pass auf... Hm. Oh, wir gehen weiter mit dem Herrn... Hallo. Du musst dich nicht... Wer weiß. Du könntest ja auch eine... Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernstein mienen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nun fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Na, ja. Leihst du mir dein... Das geht leider nicht. Ich muss... Ein Jammer. Ich schaue... Ja. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus dem peruanischen Bernstein-Mienen. What a pity. Da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Dino-Zuchtprogramm unbrauchbar. Du kannst es wiederhaben. Aber stück ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Armee über die Globus marschieren. Hoaha! Hoa! Okay, dann wir rück da... Wir brauchen irgendwie eine Fliege oder sowas, dass wir das Ding reinstecken können. Ich sehe nichts, was... Damit wäre niemand, außer vielleicht man müsste ganz... Wir müssen irgendwo ne Bienen oder so oder ne Fliee oder so haben. Haben wir hier irgendwie was wo? Nein, erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Oh. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Okay, ich sage nichts dazu. Da gehen mir wahrscheinlich ein bisschen die Flöten töten. Ach, ein Sofa hier. Wieso sehe ich das jetzt? Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wo... Keine Ahnung, wo wir hier alles rumfingern. Wir müssen ja irgendwie ein, ein irgendwas finden. Nein, hier ist auch nichts. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt. Ach, guck mal, einen Löffel haben wir hier. Äh, nehmen wir den Löffel. Hey, das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ich glaube, wir brauchen den Löffel irgendwann wieder. Wir haben ja auch keine Fliege irgendwann, da war ja nichts. Also zum Verzweifeln, meine Freunde. Zum Verzweifeln, das Ganze hier. Und, äh... Ja, ich glaube, meine Freunde, solange es mir tut, langsam aber sich erinnert hier der heute der weitere Part. Und, äh, ich sag mal so. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Viel Spaß, viel Freude. Und bis dann zum nächsten Mal. Euer Sagen Raff. Tschüss. Das war's.